Ich bin Chiara und mache die Lehre als Informatikerin Fachrichtung Systemtechnik. Gerne zeige ich dir einen Einblick in meinen Beruf als Informatikerin in der Psychiatriebasen an. Als Informatikerin Fachrichtung Systemtechnik installiert man Arbeitsplätze, konfiguriert und testet man neue Geräte. Man inventarisiert Geräte, setzt sie neu auf und liefert sie. Als Systemtechnikerin lebt und verwaltet man selber Infrastrukturen. Ich arbeite auch ein interessantes und herausforderndes Projekt mit. Um Projekte zu planen oder darüber im Team zu kommunizieren, bin ich oft an Meetings dabei. Am meisten gefällt mir meinen Arbeiterkundenkontakt und zu verstehen, wie Technik im Hintergrund funktioniert. Zu meiner Lehre kommt dazu noch die gewerbliche Berufsschule, die an zwei Tagen pro Woche stattfindet. Auch Support gehört zu meinen Aufgaben. Wenn technische Probleme vorliegen, dass ich die schnellstmögliche Lösung finde. Wichtig ist es, das genaue Problem aufzunehmen und mit den Leuten zu sprechen. Informatik ist ein grosses Fachgebiet, das viele Wiederbildungsmöglichkeiten öffnet. Wenn du dich für den Beruf Informatiker interessierst, bewirkt dich jetzt bei der Psychiatrie Basel-Land. Kierenkalkalpa 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 Vielen Dank.